Ja, heute meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kuhmann Let's Plays und Satisfactory. Hier ist unser Prototyp unserer Produktion, ursprünglich aus dem Urlager. Ich habe da schon ein bisschen aufgeräumt, schon gewisse Sachen abgeräumt und muss auch sagen, irgendwie ist da der Wurm drin. Wir haben zwar genug Fläche, die wir verbauen können, aber im grossen und ganzen ist es auch das Problem, dass wir so eine lahme Produktion haben im Augenblick. Sei das seitens Reinforced Iron Plates, sei das sonst irgendwie bei anderen Sachen. Dass ich mich wirklich frage, ob ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin. Klar ist es nötig sein, um die Urfabrik wegzumachen. Aber ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen in einer Evolution. Dann, was ich auch möchte machen, ist zum Beispiel da hinten, die Motorenproduktion. Da habe ich ein bisschen umgestellt. Hey, ich komme hier hinten. Und zwar da. Ich glaube, das ist da so ein wenig wie hinfällig. Wir haben da hinten die Produktionsstätten eigentlich. Das mit den Statoren lasse ich noch ein wenig laufen. Aber das hier unten, das passt mir überhaupt nicht irgendwie. Und Öl haben wir auch zu wenig, wir müssen noch mehr Plastik haben etc. Es wird so schön fleissig angeliefert, das habe ich gesehen. Aber sind wir ehrlich, wir haben auch nie genug gehabt. Wir haben unseren lästigen Lastwagen. Den haben wir ja letztes Mal gefüllt mit gewissen Sachen, die wir gefunden haben in den Kisten. Und ich frage mich, habe ich da noch Schnecken? Nein, habe ich nicht. Aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, ich lehre jetzt mal ein bisschen mein Lager. Ja, mein Lager, mein Lager lehre. Das ich da gerade auf die Äste trage. Schauen wir mal, was haben wir da noch alles drin. Crystals etc. Auch da haben wir keine Schnecken und so. Komm. Release all. Dann schauen wir, meine Gun und so würde ich schon gerne dabei haben. Das ist zwar der Ersatzgun. Dann Röhrchen nehmen wir ein paar mit. Halt an, mit Control rübernehmen. Beton nehmen wir mit, das ist auch klar. Dann... Kabel, Miner, das ist eigentlich auch alles gut soweit. Aber ich habe das Gefühl, wir müssten da irgendwie mal nochmal ins blaue Gebiet, wo es mich vor allen Seiten angegriffen haben. Weil... Ja, ich habe irgendwie das Gefühl... Es ist noch nicht so das Gehle von mir, was wir da machen, in Sachen Produktion. Miner nehmen wir mit, das ist gut. Ein paar gehärtete Platten wären vielleicht noch gut. Was brauchen wir dann für einen Ölbohrturm? Haben wir dort eigentlich einen? Vielleicht müssen wir sich mal überlegen. Power. Nuklear Biomass Burner. Auch den könnten wir bauen. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Und dann dorthin vielleicht einfach mal ein paar Ölgeschichten machen. Pulse könnten wir bauen. MK2 sogar. Powerlines könnten wir machen. Ja, ich glaube wir... Wir wagen jetzt mal. Nehmen wir dieses schöne Mobil. Warte jetzt nochmal. Allererst die Kontrolle. 80 Benzin, 180, 78. Brauche ich Computer? Brauche ich nicht unbedingt. Aber hey, wir haben was wir haben. Mezylium könnte man auch wegnehmen. Das kriegen wir dort hinten wieder. Also kommen wir hier noch ein paar einzelne Bauteile rüber. Wie... Heatsinks. Das können wir wegrühren. Platinen können wir hier lassen. Das ist auch nicht schlecht. Reinforced Iron Plates nehmen wir mal mit. Vielleicht diese hier auch noch. Wie sieht es da aus? Ich sehe noch, Basher habe ich schon einen. Das ist gut. Dann können wir den eigentlich da lassen. Nüsse haben wir ein paar. Baconpilze haben wir ein paar. Computer lassen wir da. Ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Dann würde ich mal sagen... Ein Kanister Benzin. Und dann gehen wir da mal los. So. Und zwar über unsere schöne Brücke. Ich habe es ja gesagt, ich mache wirklich die Verbesserung von der Urfabrik. Aber... Ich glaube, um das effektiv, effizient zu verbessern, brauchen wir Schnecken. Und Schnecken, die kriegen wir irgendwo anders als hier. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Cool. Ja und da habe ich gesehen, die Zuschauerzahlen auf YouTube sind massiv zusammengebrochen. Aber... Wie gesagt... Jetzt könnte man sich natürlich Gedanken machen. Oje... Was machen wir zum Zuschauer gewinnen? Ich persönlich sage nicht so viel, weil... Ich mache es für mich. Und... 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 Ich mache es für mich. Ich habe es für mich hier rein. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe es für mich jetzt gesehen. Ich habe es für mich hier unten gefangen. Aber das passiert jetzt auch nicht wirklich wirklich fest. So, gehen wir hier hinten, am Wasserfall vorbei, dann glaube ich, kommt das gut. Wenn wir ein Ausflug machen, so einmal zur Abwechslung, oder? Ich finde das super. Vielleicht haben wir dann auch die Möglichkeit, das eine oder andere Frackhaus zu räumen, wo wir neue Produktionsmöglichkeiten bekommen würden. Würde ich natürlich auch begrüssen. So, da hinten zwischendurch. Sehr gut. Da sind wir da schon bald in der Gegend, wo wir letztes Mal die letzte Schiesserei hatten. Dort haben wir einen als Frack gefunden, etc. Da vorne müsste es der See kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sehr gut. Wunderbar. Ach, ist das eine schöne Gegend. Jetzt gehen wir hier rauf. Dann wäre das hier hinten rechts, glaube ich. Sehr korrekt, glaube ich sogar. Ich lasse mich mal kurz auf die Karte schauen. Hier ist ein High-Menü. Dann ladet sich das Ding da vielleicht auch irgendwann. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Aber wir hätten hier oben durch können. Also gehen wir mal unten durch. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch ein neues Gebiet. Und da ist das Frack. Jetzt weiss ich aber nicht, haben wir das schon oder nicht? Dann können wir da mal ein paar Schuss mitnehmen. Zack, zack, zack. So. Boah, ist ein bisschen schnell gekommen, der. Freeze. Hat sich aber, glaube ich, gelohnt. Weil, wenn der hier rumlaufen ist, glaube ich nicht, dass wir das hier irgendwie schon geräumt haben. Oder? Was brauchen wir da? Neun, zwei Crystal Oszillatoren. Die haben wir natürlich jetzt gar nicht dabei. Gut, lassen wir das mal. Aber die Räume und so und das Material, das hier rumliegt, nehmen wir sicher mit. Und sonst noch irgendwo etwas. Gehöre ich das, meine ich das nur oder höre ich das jetzt wirklich? Also, warte mal. So. So, jetzt haben wir jetzt ein Jetpack. Das macht uns die Suche nach Schnecken sehr wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber. Ich habe das nur gemeint. Da hast du die Hinschnecke oben. Sehr gut. Jetzt essen wir ein paar Beeren. Und gehen weiter. Wie ich finde es geil. Und irgendwann kommt das Zeitalter, wo irgendjemand das Video schaut. Hauptsache, ich habe Spass. Bei dem muss ich es mal machen. Schöne, schöne Gegend. Wirklich schöne Gegend. Da müsste man sich fast überlegen, da mal irgendwo noch eine Base zu machen. Ah, das ist da jetzt. Und ich würde mal sagen, wenn wir es hier so ein wenig rechts halten. Links meine ich. Ich komme hier. Ich komme da eine Stufe höher. Auf dieser Ebene. Ah, da hinten komme ich rauf. Kann ich es gerade sehen. Sehr gut. Schauen wir mal, wo es uns hin schlägt. Okay. Also, ich zeige mal. Hier unten durch sind wir auch schon. Woher kommen wir dann hin? Aber in den Sumpf. Interessant. Sehr neblig hier. Krass, oder? Ist das letztes Mal schon so extrem neblig gewesen? Ich glaube es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie ganz anders. Aber sie haben ja auch mit dem letzten Update noch ein bisschen am Design der Level rumgepaschelt. So. Gibt es doch da irgendwo Schnecken? Nein, aber Gegner. So. Jetzt habe ich noch mehr von denen. Das ist auch noch cool. Hast du gesehen, wie weit ich gesprungen bin? Ich glaube, das liegt auch noch ein bisschen am Dings. Am Jetpack, den wir haben. Also, zeigen wir mal. Haben wir hier 10 von denen? Die können wir rüber tun. Nein, nicht so. Freeze. So, warte mal. Sehen wir da her. Die tun wir da rüber. Die tun wir da rüber. Alright. Gibt es das da irgendwo schon eine Ecke? Wie sieht es da aus? Alles so weit gut. Ich werde damit... Ich werde damit hier her schnecken. Gehen wir mal da. Gehen wir ans Wasser runter schauen. Gehen wir mal. Baconpilz. Jetzt. Irgendwie habe ich noch das Gefühl, da oben. So. Hier noch das Peri 2. Jetzt müssen wir eigentlich 2 sein, wo wir glaube ich so richtig richtig noch nie waren. Okay, immerhin Felsvorsprung. Hier oben. Jetzt kannst du natürlich ganz andere Sachen abgrasen. Das hast du ja cool gemacht so. Der eine, ich glaube es nicht. Der Fall kann schon ein wenig abdämpfen. So. Was haben die denn eigentlich bewacht? Der Baconpilz. Der Baconpilz. Bestimmt mal schauen, dass da nicht für deine bösen Spinnen umeinander sind. Der Baconpilz. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der Baconpilz. Wo ist er da? Der Baconpilz. Also irgendwo hat es da sicher eine Schnecke oder irgendetwas. Okay. Hier ist er wieder auf dem Absatz gelandet. Aber es ist nur eine Mercer Sphere. Ah komm. Nehmen wir mit. Nehmen Sie Hände, haben Sie. Sonst habe ich jedes Mal, wenn ich da durchfahre, das Gefühl, da ist irgendetwas. Und Beili hat es ja auch ein paar. Das ist sehr schön. Ach wie herrlich ist das Spiel. Das Spiel. Freize. Das ist eine Schaft. Hier oben hat es einen Frack gesehen. Aber um die Pflanzen zu killen, haben wir jetzt zu wenig Dings dabei. Zu wenig Nobelisken. Da geht es in den Sumpf. Zeit um das Auto zu holen, glaube ich. Jetzt, dass wir nochmals das Fahrzeug irgendwo haben. Irgendwo verstreut da. Und Schnecken haben wir bis jetzt noch kennengefunden. So. Sehr gut. Vorsichtig landen. Langsam haben wir es im Griff. Gehen wir mal hier hinten. Dass es noch Beine kann. Das ist jetzt egal. So. 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 Dass wir da durchkommen. Ich glaube es ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren, wären wir langsam zu unserem Transporter gekommen, aber wir wollen ein wenig mehr sehen, vor allem wo wir Schnecken haben, sonst auf der anderen Flussseite, da hätten wir noch nicht so viel erkunden, wir gehen gleich mal zurück. Und schauen, ob wir da mit dem Fahrzeug über das Gewässer kommen. So da. So gut, kurzer Prozess. So gut. Ich habe gesagt, ich mache euch alle kalt. So gut. So gut. So gut. So gut. So gut. Ah, ein Sommersloop. Schade. Freeze? Ich dachte, das wäre jetzt genau cool, wenn wir da jetzt irgendwo noch einen Schnee gefunden hätten. Zwei Beere nehmen. Das wäre so ein Viech, oder? Was ist das dort? Nein, von hier ist das doch komfortabel, oder? Ich glaube, das ist ein Hammer. Was ist das? 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 Sehr gut. Aber Schnecken sehe ich. Knut ist da. Ja du, ich würde mal sagen. Für diese Folge gar nicht schlecht. Schauen wir mal, wie es einten geht in den nächsten. Da habe ich Kuhmon Let's Place. Auf Reisen. Bis bald. Ciao. Oh, fast verschrocken. Super. Super. Das macht man. Was ist ein Wetter. Aber das ist englisch. Also bis bald.